Servus Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Heute rennen wir als Juni rum. Ja, irgendwie kommt es mir so... Toll, da hat sich eine Spinner direkt vor mir abgeseilt. Super. Kommt es mir nur so vor, da springen die Frauen höher. Ja, das kommt mir nur so vor. Ja, heute machen wir als Juni weiter. Und ich wollte eigentlich mal wieder so einen Versuch machen. Okay, testen wir mal, ob ich Danganronpa 3 jetzt wieder aufnehmen kann. Und da haben wir gedacht, okay, ich gucke mir diese eine Szene nochmal an, die mich so fertig gemacht hat. Und, äh... Ja... Die Szene hat mich wieder fertig gemacht. Weil ich hab irgendwie... Die macht mich alle. Es ist so hardcore. Und ja, deswegen mache ich jetzt das hier. Ich werde nämlich Danganronpa 3 erst wieder dann... Oh... Weitermachen... Wenn ich... Wobei, ich kann auch da rein, oder? Wenn ich mich wirklich dazu in der Lage sehe, das Spiel auch weiter zu spielen. Ich hab wirklich echt Bock drauf, aber... Naja, das Spiel macht mich fertig. Seelisch. Ich kann nix dagegen tun. Nur wegen dieser eine Szene, die mich so fertig gemacht hat. Äh... Mehrere. Welches Level habt ihr denn? 66. Ja gut, die sind machbar. Super. Mach die Viecher alle! Ja, Juni, du sollst doch angreifen. Scharfschub-Lagoon. Vortex-Trium-Trium-Girad. So, das hat wahrscheinlich so eine Art Piraten, oder so. Naja. Noah! Ich muss ihn heilen, wo ist er denn? Toll, zu spät. Äh, ich bin der Heilerin. Wo steht denn Noah? Ah, Noah lebt wieder, gut. Auch wenn ich nicht weiß, wo er ist. Oh, geil. Äh, ja, deswegen werde ich es jetzt so machen, dass ich mir immer diese Szene angucke. Immer weiter, immer mehr. Entweder macht sie mich seelisch kaputt, oder ich gewöhne mich da dran. Ich meine, spätestens, wenn ich, äh, Xenoblade Chronicles 3 beendet hab, muss ich sowieso zwangsweise Danganronpa weiter aufnehmen. Das ist schon traurig. Ein Spiel, das so geil ist, macht mich so fertig. Aber ist ja nicht das einzige Spiel. Ist ja nicht das erste Spiel, bei dem das so ein Fall war. Wenn man so zurückdenkt an Haunting Ground. Ich hatte wirklich Angst, das Spiel zu starten. Und hab's stockend aufgenommen. Immer nur in 10 Minuten teilen, die ich zusammengeschnitten hab. Oh Mann, das waren noch Zeiten. Ja, jetzt fang ich schon so an mit Simon. Das waren noch Zeiten. Aber Haunting Ground ist ja auch schon ewig her. Wow. Ich will meine Angriffskette machen. Aber Noah und Mio haben, ja, da oben steht, da steht der Dicke. Wow. Ja, Angriffskette, mach erstmal noch Noah. Ah, er macht seinen Move. So hat er sich zurückverwandelt, genau. Uh, stilvoll. Hm. Frage, muss ich jetzt zuerst Senna oder muss ich jetzt zuerst Lance? Ich habe im Part nachgeguckt, aber ich hab's schon eher vergessen. Ich mach Senna und hoffe, dass der Gequieke kommt. Ähm, schauen wir mal. Eigentlich müsste ich dich. Aber du kriegst keinen Angriffsbonus. Na, egal. Ja, greif alle an. Cool. Warum habe ich keine Heilung angesetzt? Das war dämlich. Wieso hast du widerstanden? Geht rauf. Mann, es lädt noch. Aber nicht mehr lange. Oh. Warum habe ich das getan? Ich kann dich abschließen lassen, genau. Boah, ein Zehner. Richtig mit dem Hammer. Wirklich gebumst. Ja. Warum habe ich mich geheilt, hä? Egal. Du kannst damit mehrere schaden, oder? Ja. Jetzt will er sich im Wasser. Ja. Und wenn ich Tayon jetzt einsetze, verballert er alles. Äh, ich müsste hoffen, dass Noah und Senna... Auf 99 kommen die beiden nie. Nee. Hm, Moment. 90, 102, 133. Das heißt, wenn beide ein Zehner bekommen, sieht's gut aus. Ja, schon mal ein Zehner. Und eins sind 65 und 90 sind 155. Ja, geht sich aus. Das heißt, wenn die beiden kommen auf 50... Das sind 125 plus eventuell drei Zehner sind 150, mindestens. Ich muss nur hoffen, dass das funktioniert. Noch eine Spinne! Wo kommen die alle her? Die kraxelt an der Wand. Verpiss dich. Toll, die eine lässt sich vor mein Gesicht runter, die andere kraxelt der Wand entlang. Wo kommt die nächste Spinne her? Und Zehner, ja! Geil. Hm, Frontal. Hm, umwerfen. Das ist aber, glaube ich, Seitenangriff. Oh, Zehner. Nicht so viel. Halt dich zurück, Mädel. Diesmal drück ich nicht oben. Oh, in die Nier. Und das hat bestimmt ihr getan. 170. Wenn ich jetzt zwei Highlights zurückbekommen, wäre es dumm. Ah, ich habe nachgeguckt in den Kommentaren, wie viel Prozent an Schaden und Erfahrung das waren vom Final. Aber ich habe es ja vergessen. Holy shit. Oh, kein Yippie. Schade. Wie geht's? Hoffen? Scheiße. Nicht so viel. Halt dich zurück, Gray. Ich bin jetzt in Risiko hingegangen, ich weiß. Mhm. 1500. Maximal KP. Gab plus eins. So, und jetzt Tyron. Das ist von hinten. Verdammt. Ja. Das heißt, ich muss tatsächlich nicht mit Lance anfangen, oder wie? Weil jetzt habe ich mit Senna angefangen. Ganz schön viel. Wow, ganz schön viel. Wasserkrieger. Ob es sich ausgeht, dass ich noch eine raushau. Glaube ich nicht. Oh, die Schwerter. Von Ethel. Ich muss immer noch Ethels Alterungs- oder Reifungsprozess. Ähm, vorantreiben. Final hat gemeint, dass ich mich in der City überall umsehen soll. Und dass man da irgendwie hinkommt. Ich weiß aber nicht wie. Ich weiß aber nicht wie. Sieht so cool aus mit der Waffe. Ja, ich weiß, ich kann Synchro Stufe 3, aber... Ich will, um ehrlich zu sein, noch eine Angriffskette benutzen. Ähm, ich hoffe einfach mal, dass das was wird. Ich kann das wieder hinten zusätzlich anlocken. Du da. Komm, misch dich gefälligst ein. Nein! 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 Scheiße! Nein, die sind wieder da. Wirklich? Ja, sie sind wieder da. Okay, ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Scheiße. Na gut, dann eben nochmal. Ich wollte eigentlich das Vieh da hinten anlocken, damit der Kampf ein bisschen länger dauert und ich noch eine Angriffskette raushauen kann. Naja, was soll's. Wow, der macht mich fast alle. War ein Fehler. Meinerseits. Ich bin alle. Das sieht brutal aus, wie Juni da im Wasser liegt. Danke. Vor allem, ich bin eine Heilerin. Ich muss eigentlich überleben. Noah! Warum hat er mich angegriffen? Ich habe zwei Verteidiger. Heilung. Und auf die Frissi. So, jetzt haue ich aber eine Synchro Stufe 3 raus, wenn möglich. Ja, einfach alles einsetzen. Moment, das sind drei. Dann kann ich ruhig... Guck mal. Setz was ein. Schlag nicht so mit deinen Flügeln. Das dauert doch viel zu lang. Greift das Vieh an. Oh man, das ist... nicht die Synchro, die ich einsetzen wollen würde. Das dauert ja ewig. Ins Nix geschossen! Naja. Wow, das dauert ewig. Ich glaube, deren Technik muss sich ändern. Ich meine, dieses Dreh um Dreh ist ja so nicht schlecht, aber... Es dauert ewig. Ja, toll. Genau in dem Moment, wo ich jetzt angegriffen hätte. Ich sehe nichts. Juni ist zu nah. Ich wäre zwar Juni gern so nah, aber... Ja, dieses Mystery. Könntest du aufhören, Juni so... geil anzugucken? Ich weiß, sie hat einen tollen Körper, aber trotzdem... Oh, Noah muss gleich... Noah muss einstecken. Das verhinder ich! Oh, eine andere Position irgendwie. Hmm... Man sieht nix! So, jetzt kann ich ruhig Lance raushauen. Weil, was nützen mir 15 Punkte? Also, ich glaube, das Widerstanden heißt, dass er jetzt nicht hingeworfen wurde. Uh! Alright! Das 55, das ist gut. Dann werde ich jetzt... Dich! Oh, in den Rücken! Das hat weh getan. Ja! Ja! Oh, geil! Jetzt spare ich mir Senna auf. Ich würde Senna eigentlich auch noch benutzen, aber... So ist es besser. Hier! Bam, 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 bam! Vorhin hatte ich 170. Jetzt 171. Ja, wie auch immer du so Wasser rausspringen kannst. Uh! Ich glaube, das ist nicht so geil. Hm... Ich glaube, das ist nicht so geil. Ja, das ist wenig. Ja, wenigstens da. Komm, bisschen mehr noch. Geil! Jetzt spare ich mir wieder Senna auf. Aber wenn ich jetzt einen Highlight zurückbekomme, wäre es ätzend. Vor allem, wenn ich jetzt zwei Highlight zurückbekommen würde. Hä? Das war dann auch das hier so geil. Noah, yuni... Und zwar, und zwar, und zwar. Ich bin mir noch nie zu weit davon, okay, ich bin ein, dann zu weit. und zwar, und zwar, ich bin mir noch nicht wahr. So wenig. Kommt ihr drei, strengt euch an. Ja! Trotzdem so wenig. Na gut, 40, das geht. 80, 93. Komm bitte! Ja! Und auch noch tot. Ja! Das ist doof, weil das heißt, ich muss dich zuletzt einsetzen. Okay, wer hat wenig? Du. Ja, verdammt. Jetzt kann ich Lance nicht mehr einsetzen, weil ich glaube, der kriegt dann auch ein Zehner und dann... Na egal, haut raus. Viel Schaden! Ja, war auch Schaden. Okay. Was für ein Scream. Oder Stream. Komm, da hinten! Greif doch das Ding! So, und jetzt. Hier! Hm, auch nicht schlecht. Ja, das war incredible. Ich will die Sachen da haben. Der Bogenschütze da hinten nervt so'n bisschen. Ich glaube, ich werde das... ...weil das Uroboros-Kommando-Synchro, wie auch immer, jetzt nicht einsetzen. Also, so kriege ich vielleicht noch eine Eingriffskette raus. Boah, ich hab Taillon grad noch geheilt. Weil ich hab's genau gesehen. Der war jetzt im kritischen Bereich. Könnte der Fisch mal aufhören? Und vor allem Senna in Ruhe lassen? Taillon mit seinem Hammer. Ein neues Lieblingsspielzeug. Das ist die Triple H. Er mag Vorschlagämmer. Oh nein, Senna! Wo ist sie? Ah, sie hat sich synchronisiert. Ich hoffe, ich heile sie da durch. Ah! Ich auch! Jetzt alle hier! Ach so, der Freiheitsflügel belebt Kampfunfähige wieder. Seh ich jetzt grad unten. Treffe ich ihn? Nicht. Doch! Getroffen. Weil das Vieh durch die Gegend fliegt. Ah, der Senna muss einstecken. Ich will noch eine Angriffskette. Wobei, eigentlich will ich das leuchtende Ding, was da hinten liegt. Ganz im Ernst. Oh, nochmal! Guck mal! Papa, Bälle! Ja, ein Spruch, den ich bei Simons großen Kotze-Toilette Freudenstachel oder weiß jeder. Ich weiß jetzt grad nicht mehr, was es war. Gebracht hab und ja, er hat sich totgelacht. Schon wieder? Okay. Ja, ja. Nee, er ist du. Na, der kriegt Zusatzbonus. Und, äh... Gray eben nicht. Okay. Sind wir auf 99. Das ist schon mal super. Einfach Attacken einsetzen, die Schaden zufügen. So komme ich vielleicht auf über dreieinhalb Millionen. Boom. Oh, jetzt gibt's das Städtchen. Fuck! Ich hab dir vorhin Senna, oder? Na, egal. Ich kipp jetzt mit Tayon nochmal. Äh, im Ernst, das bringt mir 15er. Aber wenn ich die jetzt wegschmeiße, dann kommen sie wieder mit weniger Punkten. Dann mach ich lieber Juni und Noah. Oh, komm! Das ist so wenig! Äh, denken. 140, 145. Seitenangriff. Bitte. Ja! Gut gemacht. Jetzt bräuchte ich Angreifer wieder. Also, Gray wäre jetzt echt gern gesehen. Ja, er ist wieder da. Ja. Ich könnte jetzt aber, dann wäre das Kommando schon vorhanden und das wäre wiederum schlecht. Hm. In der nächsten Hunde würden wahrscheinlich Tayon und Juni vorhanden sein. Das Problem ist, wenn ich jetzt Noah nehme, müssten dann auch entweder Mio oder Lance vorhanden sein. Ich hoffe einfach mal, es ist Lance. Ja, aber... provozieren, ne? Ich brauche Schaden. Ah, das ist so wenig. Ah, 77. 120, 134. Ah, es könnte knapp werden. Ich mach lieber Senna. Tja, ha! Na gut, aber wenigstens... Es wäre sich ausgegangen, hätte ich Senna nicht genutzt. Naja, egal. Gray, Senna, Noah. Fuck. Ja, jetzt muss ich. Habe ihm da Schaden zugefügt? Ich glaube nicht. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja! Das Ding hat Zuckungen. Es zuckt die ganze Zeit. Ja! Au! Du kannst das Schild als Surfbrett benutzen. Ganz im Ernst. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ah. Gray? Aber er hat 84. Das ist schlecht. Wobei, drei Punkte Unterschied zu teilen, das ist an sich egal. So, entweder du oder du. Dann nochmal. Let me do the honor! Ja, ich blödel rum, aber... Da merkt man, wie viel Spaß ich an dem Spiel habe. Wenn ich anfange, rumzublödeln, habe ich Spaß an dem Spiel. Ja, hau drauf! Viel Schaden. Sender mit den 20 Punkten, das ist niedlich. So, und jetzt Gray. Hau raus! Double! Jetzt haut raus! Okay, das würde sogar passen auf dem Wasser. Leo, die Surferin. Wieder 3,5 Millionen. Ist aber, glaube ich, jetzt das Zweitmeister, was ich hatte. Der Drachenbefehl. Hat jemand ein Level erreicht? Ich glaube schon. Ich sagte das Zeug mal ein. La, la, la. Ach komm, ich auch. Das vier alleine hat eh keine Chance mehr. Und da zahlt es sich nicht aus, eine Angriffskette zu machen, weil so weit komme ich hier jetzt nicht mehr. Schöne Schuppe Marina. Also sprich, die Angriffskette wird jetzt sowieso nicht mehr gefüllt bei der einen Kreatur. Da viel so much energy! Daneben geballert. Hey! Mio, äh, Mio. Juni, die Meisterschafschützerin. Schafschützerin. Meisterschafschützerin. Jetzt! Booms! So, jetzt kann ich ruhig provozieren. Guck mal! Papa Bella! Taucht auf! Was braucht ihr so lange? Was braucht ihr so lange? Was braucht ihr so lange? Das war's. Geruch einer Ära. Das ist alles meins. Ja, damit Silber nennt so cool. Und das da gehört auch mir. Ich will das haben! Leck mich! Ach gut. Ich dachte schon. Nein. Quadratisches Fragment. Da hinten ist ein toter Gegner. Ach so. Die, die wir gerade besiegt haben. Gut. Dann können wir ruhig noch ein bisschen entdecken. Hier sind ein paar Gegner. Ja. Die tun mir eh nix. Die fühle ich in diesem Spiel erkunden. Das ist echt... Naja, das würde man nicht von mir erwarten. Weil es gibt ja Leute, hust, hust, die behaupten, dass ich ein Spiel einfach durchrusche. Nur damit ich sagen kann, ach, ich habe ein Projekt beendet. Ha, ha, ha. Traurig. Verdammt. Ich habe irgendwas im Hals schon wieder. Ich will dieses Gebiet hier noch zu Ende erkunden. Vorausgesetzt, es ist nicht allzu lang. Und dann... Ja. Ja. Ja, hast du ein Problem damit? Wir verfolgen den Gegner da. Oder ich könnte hier eine kleine Pause machen auf dieser Sandbank. Wisst ihr was? Das werde ich jetzt auch machen, damit der nächste an der Reihe ist, sich hier umzugucken. So. Das war Xenoblade Chronicles 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.